durch Argumente musst du bringen bei Abitur dann sind das Argument jetzt das ist das dritte musst du ach so egal ich habe mein Fachabitur nachher da muss noch nichts in die Gegend ohne schlechte Noten so schlechte Noten ähm na okay keine 5 ja aber egal ich sag ich sag nicht so den Noten zu du musst da oben hat erkannt so kann das nicht sein weiß nicht irgendwie hätten wir das schon gemacht oder gab dann irgendwie einen Weg nach links also von der Teleportationsding da nicht schon wieder micro nicht schon wieder benutzt dieses Ding da oben haben wir schon letztes mal versucht versuche einfach mal wenn das nicht so da mussten wir uns eigentlich umbringen konnte man nicht nach links oder so nein habe ich weiß nicht mehr als die ganze ziel versuch und dann muss wirklich micro wieder benutzen oder was ich nicht das liegt doch auf warum musst du jedes mal micro benutzen ok warte wo kommt der geist ja ist ein geist ne ich kann wenn du kannst die ganze tübe vielleicht recht das muss man da benutzen verdammte scheiße glaub doch micro in mir kommen wir schaffen nicht mal mit micro geschaffen hast du gemerkt wie hoch das war marco kann vieles wenn er ruhig aber nicht so und ehrlich dass das zu wie soll man das sonst machen aber ich könnte versuche nicht oder lassen ja einfach diese welt aus nein ja dann es kommt mal so jetzt kommt mein micro aber heute ist was passiert ist jetzt auch so jetzt darfst du aber nicht sterben ja nur das auch simpel weil du über die springen kannst deswegen ist es kann es sehr unwahrscheinlich dass du stirbst und weiß nie man kann aufpassen da reicht du bist als ich einfach durchgehen kann das weißt du oder ich muss trotzdem was einfach nach rechts gehen okay jetzt musst du das ist aber du musst du weit ansprungen siehst du kann ich besiegen es geht macht keine fax okay gut gemacht jetzt auch mal kommt einer das geht das geht das geht man muss irgendwie perfekter hinspringen ich weiß keine andere möglichkeit die machen nicht gut ein bisschen gibt keine andere möglichkeit ich sehe keine andere möglichkeit sonst und blume gab es auch nicht wie du gesehen hast mann sie kommen sowieso nicht mehr hoch sie sucht euch doch so klein eine gute idee ich hasse ich hätte dich wissen wie das geht und er aber trotzdem bringe ich nicht um ich will ja nicht warte weiter nach oben bei diesem spiel kann man niemals vertraue ich dich vertreten entwickeln sein fehler der körper dass wir das geholt haben das war ein fehler kommt das wieder runter also hat es einerseits was geholfen ich habe mach einfach trotzdem weiter ja es kommt doch immer hoch und zwar schnell noch weiter zu die trotz wir haben wenigstens dazugelernt bei kurs immer schlecht nicht immer ich glaube ich hatte ich glaube ich hatte es irgendwie trotzdem hinbekommen mit mich ich sage ich sage ich ich sage ich ich kann es damit sagst du ich kann es damit sagst du es ich sage ich kann es vielleicht vielleicht schaffst du das auch wenn du irgendetwas anderes machst oder so schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du ich habe es gerade rein hallo wo ist das jetzt sagt es nicht weil ich diesen ding da bin ich glaube ich muss verschwindet bei dem mit in der mitte das kann nicht sein oder das kann ich glaube es ist weggegangen weil ich die dritte es gab ja drei blöcke den dritten habe ich dafür benutzt kann mich umbringen bringt nichts ich weiß was der fehler ist ganz der guck so eine dumme kacke ist das okay ich muss auch passen ich muss ein aufpassen was er nicht auf du bist und er drei verdammte weggenommen wir alles geschafft ja ich war eh nicht mehr lange vom jahr vom 10 nein wir haben dann wenn es dann wird uns ein zweitwerten kriegen dann morgen fertig in den die morgen fertig bekommen wir hätten morgen mit super marion mit 64 4 ds einfach durchlaufen bitte einfach hochlaufen bitte noch unter dem kopf dann noch unter und auf unter und auf unter dem kopf jetzt musst du aufpassen wie viele blöcke du machst ja so jetzt musst du aufpassen wie vier blöcke du musst das müssen insgesamt drei sein das ja noch einer ja 1 es liegt immer daran welcher block das ist keine ahnung ich habe ich meine ja so ist die lösung ich bin klein hast du das nicht klein bin nur geht damit mich nicht mein kopf du willst du sofort auch gehen trotzdem wirst du gestorben ich hasse diese kacke aber es kommt nicht mehr ich will dein leben weil die musik ist geil das fällt aber gleich wieder runter die neue mitte man sagst du sie was jetzt sagt jetzt nicht du hast die münze ja höchstwahrscheinlich ich musste von rechts gehen müssen wir noch mal egal wie wenigstens haben wir was freigeschaltet geht hier kanone noch mal ohne dass wir es gibt ohne dass wir es geplant haben ist hier die machen einfach kanon ohne dass wir es geplant haben gar nicht mal nicht alle kanonen das ist nicht geplant leute ist nicht geplant unglaublich wir wollen es nicht aber immer es trotzdem naja letztlich machen wir es wie die münze und wenn man glaube ich alle münze und immer noch glücklich haben wir bis alle kannten kann nun gefunden ja eigentlich schon nein aus einer welt glaube ich nachher kommt das frohlocken durchlaufen so schlafen der dummkopf da oben kommt gleich runter jetzt geht er jetzt geht er noch links aber jetzt muss ich wieder aufpassen mit den blöcken aufpassen jetzt muss man drauf kommt okay also gleich ganz rechts bleiben warte erst wenn du richtig nach oben rast dann musst du nach links gehen nach rechts gehen wir nicht ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig dass wir jetzt nach unten gehen aber jetzt nach rechts laufen so jetzt haben wir auch die dritte münze verfickt nochmal jetzt kommt da blume raus wir wollten den spieler nicht ganz so viel arbeit lassen nun schon schon und muss nicht noch nicht sein dass man die kanonen immer bei geisterwelt findet haben wir auch glaube ich lass es bitte doch zu nehmen ja 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 ohne das Ding ach so ich dachte jetzt allgemein immer kann ich mir weil man schon ein Leben da bekommen hat was immer die andere werden analysieren immer zurück die andere werden nicht wieder noch fehlt muss auf welt 1 bis 2 1 rechts nein 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 die wälder die stadt zu uns das sind ja nicht nur die sind rechts ja das wird noch die eine geht doch ich habe ja fünfmal mehr wie viel schon geschafft ja ich war ja mann die großen eigentlich nicht wir glaube wir haben es einfach schnell gefunden alle kann man niemals töten das weiß ich habe ich heute bei mario gelernt naja mit stern schon mit stern schon wer ist jetzt also wo war die dritte münze einfach durchlaufen hat komm herr dumm kopf hat man den nicht da genug gebraucht erst landwerkdänzer noch ein werkdänzer noch ein werkdänzer ach so war da war da nicht irgendwas wo man das machen konnte aber in einer stelle musste man hoch springen das ist bei der glaube ich kann auch sein und gehen wir mal ein bisschen nach hinten aber ich glaube eh nicht bei der doch das war knapp ich habe wollen auch knapp aber ich glaube nicht was haben wir sonst dann rein 3 oh ja hier ist noch ein schwung nehmen oh glaubst du das ist übertrieben ja kann man kann man nie wissen kann man nie wissen wenn wir erstmal nach rechts ist ja nicht so schön dass das ende wenn du da durch gehst deswegen das gehört ja warte da ist das ende versuch mal meine taktik was ich davor gemacht habe ich glaube das habe ich schon geplant 3er sprung das war hmm kann man hier so ja das hatte doch das hat ansprung bekommen oder von rechts egal und versuch mal das andere ja mit 3er sprung da seid nicht hier schwieriger als die anderen ne so viel anstieg muss auch nicht nehmen das kann nicht sein oder kann nicht sein vielleicht muss ich ja schon hatte nein es kann nicht sein sage ich ja dreier springen muss sein auf dem blog muss dann glaube ich das ist ein bisschen übertrieben wirklich übertreiben es nicht so ich bin du willst kann ich noch mal reingehen hier das kann ist nicht schwer das muss hier sein es kann auch da drin sein kann drin ja okay versucht weiß ich bin nicht dann müssen wir überlegen da muss ja echt überlegen wo es hingehen müssen wo kann die verpflichtung zu sein und dann machen wir das werden noch mal die welt erst mal fertig ja ich glaube wenn ich glaube da hatten wir unsere probleme diese münze zu finden der nächste ist so nice nirgendwo ist keine ahnung sechs münzen haben wir die durchrasen das bringt ja nicht das bringt ja nichts dass irgendwas zu machen durchgerassen habe ich was verloren also habe ich eine gute oder wie so weiß ich durchschlaufen da muss aufpassen so sollst deren köpfe benutzen glaubst du ja das das war die einzige logik welche der erste zweite letzte beim letzten das mal hier geht er aber am letzten beim letzten deswegen soll sie töten ich erwarte mir töte lieber sonst mit manchen auf die kaffee springen ja ich meine ich meinte die letzten das ist nicht mehr so und so viele chancen dass die letzte den brüchern muss die frühe besiegen oder habe ich ja dann muss die münze sein wenn ich dann müssen von irgendwo da drin sein das ist wirklich keine blume ich weiß ja ich bin ja aber wenn die davor um damit du platz hast wenn den schon um sonst macht er seinen platz kaputt ich weiß eh dass ich es nicht schaffen wir da war wieso schaffst du es nicht ich habe mich um sonst eine blume da eingebaut oder genau gesagt ein pils noch mal ganz schnell umbringen dann habe ich zwei jahre das ist so hoch es geht nicht muss das geht nicht ich weiß das ist nicht so leicht das wird also mal wo habe ich die blume hier könnte ich dann ja wie das wo der block ist kann soll hatte ja mache ich so mit dem block der letzte versuchte muss ein cut machen oder sonst ist es glätten sollte es richtig lang und sonst wie man ein cut